hallo wir sind es schon wieder am nächsten vlog aus der serie wir machen den norden unsicher heute ging es für uns in den heide park ein park den ich tatsächlich schon sehr sehr lange nicht mehr besucht habe und die liebe franzi neben mir noch gar nicht besucht hat also erst besuch heute praktisch ja ich habe ja meine zeit im norden hier gelebt von daher war das halt schon ab und ab ein ausflugs ziel wir haben gedacht wir haben noch ein paar stunden zeit nehmen den park war noch fix mit wir waren auch schon drin und was wir heute an einem sehr sehr vollen tag erlebt haben das seht ihr jetzt in diesem blog und nach dem intro viel spaß so let's party let's party ja wir sind jetzt da mal drin es ist kacke voll heute also 1000 schulklassen hinter uns und meine laune dementsprechend nicht so geil haben uns jetzt auch extra ein fast pass gegönnt weil also so ein single fast pass ihr habt keinen bock mich da heute 100 stunden hinter schreienden kindern anzustellen vor allem ist es montag also ja der ferienbeginn stört mich nicht es ist nicht der ferienbeginn es ist tatsächlich die schulklassen die mich nerven aber das macht halt dann nochmal voller ja also es ist echt nicht cool heute parkplatz fühlt sich gerade echt krank jetzt schon wir haben 20 minuten nach der eröffnung und kolossos seit jetzt schon 20 minuten gerade 15 minuten das wird richtig nach oben gehen aber soll uns nicht stören wir haben fast pass von daher ja können wir die fünf stunden die wir heute hier sind nutzen und dann müssen wir zurück zum flughafen weil ist ja ein bisschen weiter weg wenn man morgen arbeiten muss ist der flug tatsächlich das sinnvollere gewesen naja schauen wir mal was wir als erstes mitnehmen wird wahrscheinlich kolossos sein denke ich mal so fixe planänderung wir gehen als erstes zu ghostbusters weil da sind gerade fünf minuten wartezeit bevor man dafür nachher ewig ansteht und wir sowieso jetzt einen fast pass haben ist das glaube ich jetzt die bessere wahl von daher also anschließt jetzt mal ghostbusters ja Ja, haben wir genau mitgenommen. Franzi hat mich um 12 Punkte besiegt. Das fand ich gerade nicht so geil. Das erste Mal, glaube ich, dass ich das besiegt habe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe am Anfang gedacht, man kann einfach draufhalten und dann zählt er die Punkte. Und ich habe irgendwann realisiert, dass er gar nichts zählt. Wo ich dich krass aufgeholt habe, war bei dem vorletzten Screen. Ja, das stimmt. Also aus dieser Riesengeist da war, da habe ich dich krass aufgeholt. Aber war ich eigentlich die Beste im ganzen Wagen? Ja, warste. Mensch, so war es aber auch. Ich bin sonst immer richtig schlecht bei diesen Shootern. Aber diesmal, hm. Aber war jetzt gerade echt gut von der Wartezeit her. Wir haben noch keine fünf Minuten gewartet. Deswegen war es auch sinnvoll, den am Anfang mitzunehmen, weil der ist ein Fastpass nicht mehr dabei. Und die ganzen Kiddies rennen jetzt eh erst mal zu Colossos, Desert Race und was es hier alles gibt. Naja, du hast gerade gesagt, Dubai fandest du von den Waffen nicht so gut, oder wie? Ja, weil in Dubai, also da hat man nicht wirklich gesehen, wo man hingeschossen hat. Und irgendwie hat es auch nicht immer ausgelöst. Und es hat da einfach viel besser funktioniert. Joa, würde ich mich anschließen. Nun gut. Aber so, ich glaube so vom Training her, sagt man das so, war es in Dubai schöner, aber das war trotzdem ganz gut. Gut, die haben aber auch das Zehnfache am Budget wahrscheinlich für den Dark Ride, ne? Das Gute ist, was hier ähnlich ist wie Dubai, Onrides sind absolut verboten. Und deswegen seht ihr auch nichts von drin. Aber ich denke mal, 90 Prozent, die das Video gucken, waren eh schon mal hier und wissen, wie der Ride von innen aussieht. Ja, bei 3D-Sachen kannst du ja eh nicht so gut filmen. Ich biete es ja immer noch an, dass ich immer mal zeichne. Dann zeichne ich die Dark Rides einfach nach. Ich kann nicht malen. Aber wer es sehen will, einfach mal kommentieren. So, vor uns liegt Desert Race. Und da ist echt schon eine lange Queue und da bin ich echt froh, dass wir einen Fastpass haben. Aber ich hätte gesagt, wir gehen trotzdem erstmal zu Colossus weiter, oder? Ja. Ja, dann machen wir das. Also, wir kommen gerade aus Colossus. Ja, kleiner Fail. Wenn man sich einen Fastpass kauft und dann trotzdem eine Stunde ansteht, hat man immer was falsch gemacht. Wir sind von 10 Minuten Wartezeit ausgegangen. Es stand halt 10 Minuten dran, als wir rein sind. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lass uns doch jetzt die 10 Minuten anstellen. Und dann fahren wir später nochmal mit dem Fastpass. Kann ja keiner wissen, dass die 10 Minuten falsch sind und man dann eine Stunde steht. Weil zwischendurch ja noch der zweite Wagen eingeschlossen wird und man nochmal länger wartet. Ja, das war gerade irgendwie ein bisschen Fail-like. Aber gut, sind sie dann in der ersten Reihe gefahren. Dafür haben sie dann 10 Minuten länger nochmal angestanden. Die haben sich dann aber gelohnt. Ist für mich immer noch eine der besten Holzachterbahnen auf der Welt. Also, definitiv kein Vergleich zu Wildfire, definitiv kein Vergleich zu Balder in Liseberg. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Erdteilmaschine. Und sehr, sehr sanft. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, wir lösen dann gleich auf den Fastpass noch ein, eventuell. Ja, wenn du jetzt hier schon reingesinnst. Übrigens seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Es riecht hier leicht nach Erbrochen. Ich glaube, hier in der Mülltonne, die da neben dran steht, hat irgendeiner reingekübelt. Naja, lecker. Komm, lass uns. Komm mal weiter. Ich kotze sonst gleich hinterher. So, kurzer Nachbrenner. Sind sie gerade mal in der letzten Reihe gefahren, wo ich sie auch persönlich besser finde. Das glaubst du auch, oder? War nochmal viel, viel cooler. Deutlich mehr Airtime. Also, haben wir jetzt auch einen Fastpass genutzt. Da haben wir jetzt 5 Minuten gewartet. Also, das ist dann doch schöner. Ja, aber trotzdem war die Wartezeit auch wieder falsch angezeigt. Also, es stand 20 Minuten und es war genauso lang wie vorhin die Schlange. Also, im Umfühl, dann sollen sie es lieber ausschalten, als eine falsche Zeit. Nein, in der App stand 40 Minuten. Ja, schon, aber das muss man halt dann synchronisieren. Naja, wir gehen jetzt mal zu Desert Race, auch mit Fastpass. Und dann machen wir die noch, bevor wir dann zum B&M-Teil des Parks gehen. Weil, ich glaube, der Rest ist überwiegend B&M, was wir dann noch fahren werden. Joa, schauen wir mal an. Joa, schauen wir mal an. So, haben wir das Nachtisch-Rennen auch mitgenommen, ne? Das Dessert Race. Boah, der macht schlecht. Ja, die Schlacht und Kuchen, das wäre aber auch mal ein lustiger Ride, wenn man sich, wobei, es gibt es ja schon Maus und Schokolade im Phantasialand. Wer die passt nach der Bahn dazu? Ja, intensiver Lounge, kennt man. Du bist zum ersten Mal auch gefahren, ist ja auch dein Erstbesuch hier, logischerweise. War gut? Ja, war gut. Aber ich dachte, das ist noch intensiver, weil du gesagt hast, das ist ja voll intensiv. Ah, es ist... Also ich habe einfach durch deine Aussage mehr erwartet. Aber... Es ist halt... Also ich persönlich finde diese Lounges intensiver als diese Magnet-Lounges, weil du halt von so'n Potschka gezogen wirst und das halt schon ganz gut drückt, tatsächlich. Aber... Klar, es gibt wildere, muss man sagen, ne? Joa, jetzt gehen wir dann aber wirklich in die B&M-Ecke. Wir müssen uns ein bisschen ran halten, weil wir haben echt nicht so viel Zeit. Und durch das Anstehen haben wir halt schon ein bisschen Zeit verloren, tatsächlich. Also alles werden wir heute nicht schaffen, das ist Fakt. Macht aber auch nichts. Ich will eventuell eine Fahrt auf Toxic Gardener mitnehmen, auch wenn ich SLCs hasse. Aber die soll wohl ganz gut mittlerweile fahren. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, weil ich glaube spätestens so gegen 20 vor 3 müssen wir weg, schätze ich mal. Ja, doch, das wird jetzt zufrieden. Ja, also wir fahren ja zweieinhalb Stunden ungefähr bis zum Flughafen. Und das sollte dann wohl klappen, weil den Flug zu verpassen wäre echt der Worst Case heute. Na ja, gucken wir mal. Werden wir einen Fastpass, den wir auch jetzt nutzen. Weil nochmal stellen wir uns keine Stunde an. Der Hippen liegt eigentlich nicht so schlecht beim Baseball, aber der Baseball ist schon mal schlecht. Ich weiß nicht, welche nehmen wir dann. Keine Ahnung, ja. Oh, der greift direkt. Oh, sieh. Muss man da nicht eigentlich drauf drücken? Das ist jetzt aber beschützt. Ich muss da eigentlich normalerweise drauf drücken. Wie? Sehr gut. Es fühlt gut, man. Es fühlt gut, right? All right. Yo, yo. Ich bin in der lighten, at the end der Tunnel. Paper stacks, yeah, I got em in der Bundels. Harry Potter breaking bread with the Muggles. They said I woulda machten, now they lookin' puzzlen. They said I wouldn't take it, how'd it go on hustlen? Get the bag, it ain't never getting fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir haben gerade noch den Drachen Zähmen, das ist ein Dark Ride Boat's Ride eigentlich. Mitgenommen, ist natürlich kein Vergleich zu dem Teil, weil es in Motion Gate steht, aber ist trotzdem ganz nett thematisiert, muss man sagen. Und wir haben auch nur Minuten gewartet, deswegen haben wir es gerade mitgenommen, weil wenn du da gerade mal einsteigen musst und kannst losfahren, dann ist das eine gern genommene Abwechslung von uns. Was wir gerade gesehen haben, was ich ein bisschen wucker finde, 4,10 Euro für eine Kohle am Automaten, das finde ich echt krass teuer. Ja, also das muss dann auch nicht sein, vor allen Dingen ist ja nicht klar, dass das teurer ist als ein Supermarkt, aber ich finde so 3,50 Euro eigentlich so ein Standardpreis. Ja, viel. Ja, ist 4 Euro für bitte. Ja, also, naja, extrem. Ja, wir haben es tatsächlich überlebt. Überlebt, kann man sagen. Also der Fastpass war heute echt, sag ich mal, wichtig, sonst hätten wir gar nichts geschafft. Also es war ja wirklich schon eine Tortur, dann eine Stunde bei Colossus anzustehen. Den Rest dann aber in relativ kurzer Zeit gemacht. Leider viel zu wenig geschafft. Ja. Es war wohl nicht die beste Idee, dann tatsächlich an einem Tag, wo man mit Zug noch zum Flughafen muss, den Heidepark mitzunehmen. Ja, hätte ja auch gut funktionieren können, wenn einfach weniger los gewesen wäre. Ja. Könnte ja keiner ahnen, dass hier Schulausflugstag ist. Ja, und dann auch Ferienbeginn in Bremen und in Niedersachsen, da ist es ein bisschen doof gelaufen. Ja, einfach ein bisschen schade, weil der Park ist schon schön und gerade, weil ich noch nie da war, hätte es mir gut gefallen, einfach mal komplett alles zu sehen. Auch mal noch sich gemütlich wohin zu setzen, den Kaffee zu trinken oder halt dann auch nochmal so, keine Ahnung, gemütliche Fahrten mitzunehmen. Wir sind halt jetzt fast ausschließlich die großen Achterbahnen gefahren. Ja, eigentlich nur. Wir gehen fast passen. Ja, doch. Ja, eigentlich nur. Also, das ist gut. Ja, gut, wir haben dann noch Ghostbusters Dark Ride und dieses Drachen-Zähm leicht gemacht. Was wir leider nicht geschafft haben, war dieser neue Cruisel Dark Ride. Da standen wir in der Queue, fünf Minuten waren angeschlagen und dann war er down. Also, ein bisschen ärgerlich, aber gut. Kommen heute ja irgendwie mehrfach vor, dass irgendwas down ist. Ja, also es war heute einfach nicht unser Tag. Wir hatten trotzdem begrenzt Spaß. Also, auf den Bahnen hatten wir Spaß, ohne wenn und aber. Aber das Restliche drumherum, das war echt nicht so schick, wie es sein sollte. Und ich kenne den Park eigentlich so in dieser Jahreszeit auch mal recht leer. Und damit habe ich heute eigentlich gerechnet oder habe es zumindest gehofft. War wohl ein Fehler, aber lädt halt nur zum Wiederkommen ein. Hier ist bald ein Festival, vielleicht nehmen wir das mit. Oje, nee. Nee, Spaß beiseite. Mal gucken, wann wir wiederkommen. Also, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen. Liked das Video, erzählt es gerne weiter, dass so ein paar mehr uns noch zugucken. Und ja, bis dahin, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.